Der Tuchel Traktrill GT35. Die neue Bohrgeneration. Kompakt, effizient und einfach in der Handhabung. Durch die clevere Bauweise können Sie den GT35 inklusive Ausrüstung bequem mittels Pkw und Anhänger zum Bohrort bringen. Hydraulische Spurverbreiterung gehört zum Standard. Schmale Durchfahrten mit dem GT35 kein Problem. Serienmäßig ist der Drill GT35 mit hydraulischen Abstellstützen ausgerüstet. Ausrichtung mittels Libelle. Bequem richten Sie den Mast hydraulisch auf. Hydraulische Klemmvorrichtung. Bedienstand schwenkbar. Vorbohren. Standrohr setzen. Und in weniger als 5 Minuten können Sie mit der Spülbohrung beginnen. Der Drill GT35 aus dem Hause Tuchel ist ideal für Ihre Spülbohrung bis zu einer Teufel von 100 Metern und mehr. Sie wählen aus dem reichhaltigen Zubehör die passende Größe Ihres Meißels aus. Der kraftvolle 35 PS starke Dreizylinder Kubota Motor bietet Ihnen bei Ihren Bohrarbeiten genügend Reserven. Ausbauen ganz einfach mit dem Gestängebrechtopf. Klemmvorrichtung öffnen und Bohrkopf wegschwenken. Filter einsetzen. Ausbaumaterial einbringen und Wassermarsch. Die nachrüstbare Hubspannschelle, Bohrschnecke, Hohlbohrschnecken, Außenvorrohrung, all das finden Sie im Tuchelsortiment. Hebekappe, Rohrschneidschuh mit Schneidzähnen sorgen dafür, dass Ihr Bohrkanal bei schwierigen Bodenverhältnissen stets frei bleibt. Mit 40 Kilo Newton Hubkraft sorgt Ihre Hubspannschelle dafür, dass die Außenvorrohrung abgesenkt oder gezogen wird. Das Imlochhammerbohren gibt Ihnen selbst im Granitgestein die Möglichkeit, Ihre Bohrung durchzuführen. Mittels eines durch Pressluft betriebenen Hammers wird das Gestein zerschlagen und mit Hilfe von Injektordüsen zutage gefördert. Die Prallkiste sorgt für die geplante Ablagerung des Gesteins im Bohrgutbehälter. Der Tucheltrackdrill GT35, die flexible Lösung für Spülbohren, Trockenbohren und Imlochhammerbohren. Bohrung gut, alles gut.